In Hoyerswerda ist ab Dienstag von 7 Uhr bis Mittwoch 18 Uhr die Südstraße vollgesperrt. Markierungsarbeiten in den Kreuzungen am Lausitzbad und Bahnhof Neustadt sowie der gesamten Straße machen dies notwendig, informiert die Stadtverwaltung. Eine Umleitung über die B96 und B97 wird ausgeschildert. Der Geh- und Radweg neben der Straße ist nicht betroffen. Am Sonntag wird die Südstraße dann noch einmal von 7 Uhr bis 16 Uhr von der Einmündung zur Bautzner Allee und der Dr. Wilhelm-Külz-Straße halbzeitig gesperrt werden.